Willkommen zurück bei Star Wars Unlashed 2. Jetzt an Bord der Salvation. Letztes Mal ging es ja ein bisschen schnell. Dagobah im Kurzdurchgang. Mal gucken, was jetzt an Bord der Salvation passiert nach dem Intro. Jetzt hier anscheinend wieder mal ein Kopfgeldjäger da. Das Imperium ist aufgetaucht, also wenn, dann hätten wir das Schiff auch zerstört. Ja klar, genau dieser Licht ist kaputt. Was in aller Galaxis ist das? Nehmt das Ding weg! Lauft um euer Leben! ... ... ... ... Ah, das sind wir! Jetzt, jetzt, wieder mal lächelig sind das diese Mönchchen, nein. Gesehen habe ich solche Dinger schon mal. Noch mehr von diesen Binnen. Huh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ah! Ah! Oh, shit. Na, ein bisschen Luft geht raus, aber der Rest bleibt drin. Okay, was für ein Schwertkristalle gab es jetzt? Regeneration. Okay, was für ein Schwertkristalle gab es jetzt? Okay, was für ein Schwertkristalle gab es jetzt? Oh, shit. 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 Ist da draußen noch jemand am Leben? Wir brauchen Hilfe auf der Krankensta... Ah! Ah! Was ist das? Na, super. Die armen Bacta-Tanks. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja komm, das ist auch wieder nur ein Trugbild. Total unlogisch wieder mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Achter! Achter! Wo sind denn jetzt die? Wo ist jetzt die Brücke? So, jetzt kommt wieder die große Frage. Wie geht's da durch? Wo habe ich jetzt irgendwas übersehen? Es muss ja hier nur so ein Türöffner geben. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo sind die Brücke? Wo ist das? Wo ist das? Hmm. Jetzt suchen wir nochmal alles ab. Entweder übersehe ich was nicht oder es backt gerade ein bisschen. Okay. Hmm. Es ist jetzt eine gute Frage, wie es da weitergeht. So, hilft alles nichts, schauen wir mal eben. Ich befürchte nämlich eher, dass es da an der Stelle ein kleines Problem gibt. Ähm. So, Star Wars Unlaced 2, gucken wir mal eben. Ist ja jetzt kein Problem. So, wir sind an Bord der Salvation. So, jetzt sind wir bei den Bagdad Tanks. So, es heißt eigentlich nur Bagdad Tanks, lauft weiter, bis ihr Juno hinter einem Energiefeld seht. Und dann, von denen sich teleportierenden Feind angegriffen werdet. Geht weiter, bis ihr zu einer Tür kommt, in die ihr einen Generator stecken müsst. Nehmt hier den Generator aus der Tür, durch die ihr gerade gekommen seid. Ja. Ja. Das ist schön. Okay. Warum einfach, wenn es auch konzentriert geht. Alles klar, ich bin zu blöd für das Spiel. Ich bin der Rundfunk. Ich hab die Rundfunk. Ich meine meine. demos. Ich habe ein Fahrzeug über das Wasser mitgeistet. Hier ist es auch immer. Und ich bin der Rundfunk. Ich bin der Rundfunk. Und mache es alle die Rundfunk. Oh, genau. Und ich bin der Rundfunk. Im Ganzen. Ich bin der Rundfunk. Also, da ist eine Rundfunk. Ich bin der Rundfunk. Ich bin der Rundfunk. Und er kann super. Sie haben Fans. Mann, wenn das die Tee und die Dinger wirklich in den Filmsatz hätte, hätten wir keine Chance gehabt, die Regale Allianz. Die Tee und die Tee und die Tee und die Tee. Die Tee und die Tee und die Tee und die Tee und die Tee. Jetzt haben sie wirklich Boba Fett angeführt. Die Tee und die Tee und die Tee. Die Tee und die Tee. Die Tee. Die Tee und die Tee. Mist, da komme ich nicht zurück. Hätte ich wohl erst doch die andere Tür öffnen müssen vorhin. Egal, zu spät. Da ist irgendetwas, etwas Großes. Dort gehe ich hin. Jetzt wird es lächerlich, oder? Wie soll ich denn da dran kommen? Das war ganz ehrlich, wie soll ich denn an dieses hier, die Chrom da kommen? Lächerlich. Oder ich werde gleich rausgefleudert. Das kann natürlich auch sein. Was könnte das verursacht haben? Ich will gar nicht wissen, was das war. Das war ganz ehrlich, das war ganz ehrlich. Das war ganz ehrlich. Das war ganz ehrlich. Das heißt, hier speichern wir und beim nächsten Mal geht es einfach weiter bei Star Wars The Force Unlashed. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.